Warum das KPMG-Wissensquiz so gut zu KPMG passt, machen für mich drei Parameter aus. Challenge, Teamarbeit und Wissen und darum geht es heute ab. Die Studenten sind in Zukunft von unserer Firma. Wir suchen immer neue, intelligente, innovative Mitarbeiter, um auch unsere Kunden in Zukunft zu betreuen. Was mir besonders gefällt beim KPMG-Wissensquiz, das ist sicher die Stimmung, die sich hoffentlich heute wieder wieder entwickeln wird. Der Wettbewerb, das Fieber, ich freue mich jedes Jahr wirklich enorm auf diesen Anlass. Und das zweite, was für mich als Haarleiter auch ganz spannend ist, ist der Kontakt mit den Studenten. Der Austausch, was bewegt die Jungen heute, das ist für mich ganz wichtig zu spüren und dort am Puls zu sein. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum KPMG-Wissensquiz, schön sind alle da. Wie heißt die Schwester von Elsa im Walt Disney Film Frozen? Wie viel ergibt 13 x 26? Das ist absolut richtig. Die heisst der COO von Facebook. Heieieieieiei. Das ist richtig. Und im Finale stehen die Uni Basel, die HTW Chur und die Fachhochschule St. Gallen. Und gewonnen haben den KPMG-University Award 2017, Fachhochschule St. Gallen. Herzlichen Applaus!